Sie wurde 1993 zum Guest Girl. Sie ist Model für Wonder Bras. Sie verdiente mit 19 Jahren als Model über 2 Millionen Pfund. Sie ist die echte Fußballerfrau des Fußball-Weltmeisters Christian Carambeau. Sie wurde vom Magazin Rolling Stone die heißeste Frau der Welt genannt. Sie spricht fünf Sprachen, sagte der Zeitschrift Maxim, aber im Bett spreche sie nur Französisch. Sie ist die 1,70 Meter große, brünette, grünäugige Perfektion. Sie ist eine 1,85 Meter große, slowakische Sexbombe und besteht zu zwei Dritteln aus Beinen. Die Zahlen lügen nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist Letizia Casta eine 18. Aber unsere Gewinnerin mit 19 willkürlich verteilten Punkten ist Adrianas Glenarikova Carambeau. Model für Wonder Bras, Fußballerfrau. Die längsten Beine spricht fünf Sprachen. Sie lag von Anfang an mit einem Bein in Führung. Sie sind wie die Olsen-Zwillinge ohne riesige Sonnenbrillen, falls die lustig und talentiert wären und drei Jahre auseinanderlegen. Jetzt bei Battle of the Hollywood Hotties. Können Sie bei trinken können? Vielen Dank.